Ich hab mich vorhin aber echt teilweise blöd angestellt. Oh nein. Ach ja. Hm, Drogenmodus. Yeah. Drogi-Drogenmodus. Hui, der ist direkt wieder da. Der will noch mehr Party machen. Hier, dance, dance, dance. Ach, wo bleibst du? Da bist du schon gestorben. Boom. Cowabunga. Was tut? Das ist sehr schön. Das ist wunderbar. So, jetzt darf ich auch hier rein, wo ich die Urschung kaputt gemacht hab. Dann in den nächsten. Oh, keine Spinni-Spinn drin ist. So, verdammte Köcke. Jetzt hab ich jede verfickte Ruhe kaputt gekriegt. Äh, äh, äh. Ah. Tut das gut, weiterzukommen. Was? Das will ich jetzt nur mal eben wissen. Wir sind jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, alles ist spiegelverkehrt. Danke für den kleinen Speedboost. Oh mein Gott. Aua, aua, au. Danke für den scheiß Speedboost. Meine Güte, hier sind viel mehr Hater. Das ist überhaupt nicht nett. Schrei, schrei. Krä, krä. Oh, hier gibt's dich noch. Alles klar, hab mich nicht zu interessieren. So, hier hätte ich einfach so durchgekommt. Oder ist das da auch explodiert? Oh mein Gott. Ja, ist das... Will ich diesen Weg gehen? Nein. Nein, ich hab mir den Weg jetzt angeschaut und da sind noch viele Hater. Und ich hab auch viele Hater keinen Bock. Was aber gut ist, im Vergleich zu den letzten Parts vorher, ist, dass ich jetzt nicht mehr so viel rumhuste. Das hat sich jetzt mittlerweile wieder etwas gegeben. Und ich bin etwas sehr erleichtert, dass das jetzt langsam doch wieder Form annimmt hier. Das spielt schon. So. Schön. Dann können wir die alle auch hinter uns lassen. Und einfach genüsslich weitergehen. Safepoint. Ah, wie gut sich das antwortet. Ja, Hater, ich hab dich vermisst. Ganz bestimmt. Wie du mir, so wie ich dir... Wie du mir, so du mir... Genau. So. Hast du mich grad angesogen? Ja, hast du, hast du. Das ist gar nicht cool. Ist das Giftwasser? Ist das Giftwasser? Oder sterbe ich dort unten einfach so? Nö, das ist Giftwasser. Ich kreisch! Er kreisch! Lalalala, gib mir deine Meta-Essens! Gib mir deine Meta-Essens! Und vielen Dank dafür. So, diese Dampfkessel, Köpfe, whatever. Ich drück den falschen Knopf. Diese Dampfkessel dort drüben, die saugen uns an. Das gefällt mir nicht. So, jetzt nicht F1, sondern F4. So, immer wenn der Dampf rauskommt, saugen die einen an. Aber man sieht das auch so gar nicht, ne? Ist schon mies. So, spiel doch mit Jack and the Box. Dang, voll in die Fresse. Willst du nicht mit Jack and the Box spielen? Hör doch auf mit diesem Scheiß. Mann. Jetzt reicht's. Wieso? Stört doch. Nein. Oh ja. Alter. Das kann doch nicht sein, dass der so... Ah, hier, komm. F4s Jack. Der muss zumindest nicht aktiviert werden, bevor er Schaden kriegt. Damit er Schaden kriegt. Ich hasse es. Uh, Hayto. Hallo Hayto. Ja, und böse Tod, und böse Tod, yeah. Kreichi-Kreich. Das war etwas zu weit. Sei es doch. Ja, Party Hard, dreh dich, komm. Ja, hör doch auf mit dir, Kacke. Wei, wei. Double Hit. Double Fine. Ja, krechzige Stelle. Yeah. Die von Double Fine haben übrigens Spenden eingeladen. Damit sie ein weiteres Spiel machen können, glaube ich, war das, ne? Die haben verdammt viel Geld bekommen. Ich glaube sogar über eine Million. Das nur durch Spenden. Jetzt stößt du! Yeah. Alter, wie viel der aushält. Ich will auch so einen Britzelstab haben. Hier. Party Hard Laser Gedönsung. Dreh, 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 Dreh. Ja, sechs, äh, vier Schüsse. 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 Dem geht's wohl nicht mehr. Ja, der ist, bin ich jetzt zum ersten Mal gut ausgeflischt. Ja, hier, hör auf mit dem. Bäm, bäm. Ja, mein Gott. Hallo, als wären zwei Schüsse nicht schon genug. Schießt der vier Stück. Ja. Nö, kein Bock. Kein Bock. Kanate. Ja, und jetzt auf einmal springt der Kilometer weit. Alles klar, alles hat sich. Bumm. Ja, das ist... Irgendwie doof platzieren, oder? Kann der nicht mal kaputt gehen? Oh mein Gott, der nimmt doch so viel Schaden. Ich laufe jetzt einfach mal durch und schau mal, wie weit ich komme. Oh mein Gott, ist das so ein krankes Spiel. Oh, da hinten warte ich schon so ein weiterer kranker Suchti auf mich. Äh, ja, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oder doch nicht, ja, ich bin tot. Äh, krankesuchti ist in diesem Spiel. In diesem Spiel sind krankesuchti. Ach, Nahkampfangriff. Ja, das mit Kristalli. Alles klar. Äh, was? Was? Wieso kommen jetzt auf einmal auch Hater? Och, nee. Hater im eigenen Spiel. Äh, das Spiel ist... Scheiße! So eine Kacke. Ah, langsam reicht's mir wieder mit dem Spiel. Diese untötbaren Gegner. Ah, ja, wo kommt... Nö, nö, nö. Wir haben so einen beschissenen Schildkrötenpanzer und der bringt gar nichts. Der bringt nichts für zum Beispiel diese Situation. Ja, nee, ist egal. Alles klar. Super doll. Ja, lauf mit dem Kack. Ja, ich hab euch auch alle super doll lieb. Ich hab gedacht, der schießt mich jetzt nach vorn, weil er geschrien hat, aber... Nein! Du musst du gucken. Da hinten fliegt der schon wieder! Mann! Jööööö. Jetzt trifft er nicht, ne? Auf allem, ne? Ja, hallo? Ist das zu doof dafür, ne? Ach, das hat mich... Hm, ich mag... das Spiel ich mag das Spiel nicht aus dem Wasser rausgehüpft und tot sein Wieso ist das Spiel so gemein zu mir? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen Reicht das denn? Nein, reicht nicht Schwimmen wir weiter nach unten? Ne, wir dürfen nicht nach unten schwimmen Wenn wir nicht nach unten schwimmen dürfen, wie sollen wir das da unten dann annehmen? Ach Gott, das Spiel macht so herrlich und keinen Sinn Moment, die nehmen dadurch keinen Schaden Alles klar, ja, ist okay Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay Spreng doch hoch, du! Ja, zumindest hier hast du eine kleine Überlebenschance Blödes Mädchen Bringt dir aber eh nix Oh ne Jetzt hab ich das so geschafft Oh mein Gott Was